Bist du bedrückt? Trägst du eine schwere Last auf dem Herzen und weißt nicht wieso? Alternative Heilmethoden, Yoga, Preki, Wahrsager und Hypnose brachten nicht den erhofften Frieden. Ist da eine unsichtbare Welt, die Einfluss auf uns hat? Kann man wirklich frei werden und Frieden im Herzen finden? Die Einfluss auf dem Herzen Die Einfluss auf dem Herzen Die unsichtbare Welt Die Einfluss auf dem Herzen Die Einfluss auf dem Herzen Die Einfluss auf dem Herzen Die Einfluss auf dem Herzen